Du willst im Ausland studieren und international so richtig durchstarten? An einem coolen Campus mit Leuten aus der ganzen Welt? Und das am besten direkt um die Ecke? Das geht ganz einfach an der ISM. Internationale Ausbildung wird hier groß geschrieben. Mindestens ein Auslandsaufenthalt ist im Studium fest integriert. Das Tolle, alle Leistungen im Ausland werden zu 100% anerkannt. So gibt es keine Studienzeitverlängerung. Doch wie die passende Uni im Ausland finden? Die ISM hat eines der größten Netzwerke an Hochschulen, überall auf der Welt. Je nach Studiengang stehen dir so unterschiedliche Unis zur Wahl. Das International Office steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Als Unterstützung und Anlaufstelle bei der Planung und während deiner Zeit im Ausland. In einer fremden Kultur lernst du nicht nur die Sprache perfekt. Du lernst Leute aus der ganzen Welt kennen, sammelst wertvolle Erfahrungen und kommst mit tollen Erinnerungen zurück. Du willst mehr erfahren? Sprich uns an!